Frank Sinatra flüchtet sich in die Nacht, nach Las Vegas. Dort lebt er das Leben, das er liebt. Es handelt von Abenteuern, Möglichkeiten und Ungewissheiten. Frank Sinatra führt einen an Orte, an die wir Normalsterbliche niemals denken würden. Alles geschieht in der Nacht, nach Sonnenuntergang. Ich kenne keinen Künstler, der dieses Abenteuergefühl besser erfasst und erobert hat, als Frank Sinatra.